Ungewöhnliche Situationen schaffen neue Möglichkeiten. Also in normalen Zeiten hätte ich jetzt einen Termin mit Erna vereinbart, würde bei Ihnen im Büro stehen oder wir daten uns bei der Galabau-Messe in Nürnberg bei uns am Stand auf einer Tasse Kaffee kennenlernen und so haben wir jetzt diesen Weg gewählt, um Ihnen Kortum Bayern vorzustellen. Mein Name ist Barbara Prügel und ich darf seit 2011 die bayerische Niederlassung von Kortum Nord Schwarzwald leiten. Kortum Nord Schwarzwald gibt es seit 1975, ist ein Familienunternehmen und in dritter Generation wird es weitergeführt, in Baden-Württemberg bestens bekannt. In Bayern sind wir mit zwei Standorten gestartet. Unser Konzept kurze Wege, regional geprüfte Zuschlagstoffe, guter Service und kompetente Beratung hat sich bewährt, so dass wir Ihnen derzeit in acht Standorten für Sie für den Garten- und Landschaftsbaubetrieb Galabauerden und Substrate anbieten können, genauso wie für Sie als Kommune. Dazu gehören Baumsubstrate, Rasenerden, Dachgartensubstrate und weitere Spezialerden. Uns ist es wichtig, dass wir für Sie gleichbleibende Qualität sichern. Deswegen lassen wir unsere Substrate regelmäßig in externen Labors fremd überwachen. Und was uns noch sehr am Herzen liegt, ist Ihre reibungslose Baustellenabwicklung. Wenn jetzt halt bei Erna gewesen war, hätte Erna natürlich zwei Proben mitgebracht. Einmal das Kortum Bayern 45, das ist das überbaubare Baumsubstrat gemäß den FLL-Richtlinien, was Sie mit der Begrünung enthält und ein Extensivsubstrat für die Dachgarten und Tiefgaragen und Begrünung. Das dürfen Sie nach meinem Online-Besuch heute gern selber testen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme, rufen Sie uns an und gemäß dem Motto Erde gut, alles gut, verabschiede ich mich für Gott. Untertitelung des ZDF, 2020